Hallo Leute, eine Runde Fortnite, zwei Runden Fortnite, wir wissen es noch nicht. Ich versuche noch ein paar Aufgaben zu erfüllen. Da landet schon einer. Look out! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Leute, Leute, Leute. Die Leute von heute, die gucken einfach zu mir. Das war's für heute. 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 So, wo könnte man denn hier so eine Würfelmonster finden? Das war's für heute. 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 Leute, wieso werde ich mich ins Rift gezogen, was ist da los? Wieso werde ich mit ins Rift gezogen, Alter? Es war nicht mal einsatzweise einer bei mir in der Nähe. Und trotzdem bin ich überhaupt mal in so einem Rift drin. Irgendwas muss ich verpasst haben. Ich bin ein Rift drin. Ach Leute, ich will auch nur so eine Aufgabe fertig sein. Ich glaube, das ist eine große Rolle, ich glaube. Oder? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist doch, wenn wir nix in einen Kill haben. Das war's. 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 Das war's.